Yay! Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! 3, 2, 1, meins! Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Krypton Folge 5, haha, baba! Und wir haben vorhin in dieser Folge es zu schaffen hier den Balkon zu erweitern beziehungsweise fertig zu bauen und einen Enchantment Table zu bauen. Ja! Dann lass mal jetzt nicht pennen, denn vielleicht kommt hier ein Enderman. Das sieht scheiße aus. Ja. So. Ich mach mal noch mehr Stone Slaps. Mach das. Gut. So, das ist schon besser. Komm, wir machen vor, aber ich geh mal, ich geh mal kurz in die Wüste. Ich geh nicht mal stark davon aus, dass da ein Enderman ist. Ja. So, ein Zombie wäre da schon mal. noch ein Zombie-Skelett. Hilfe, Creeper. Oh, bei Zombie muss ich immer an den Zombie-Joe denken. Wer ist denn das? Äh, nein, Zombie-Joe. Sorry. Von, von Hearthstone. Ach so. Ja, ich hab in der, ich, ich, ich bin so Minecraft-Süchtige. Haftstone-Süchtige in letzter Zeit. Das ist echt schlimm. Oh, da ist ein Enderman. Kill ihn. Kill it. Kill it. Fire. Da sind sogar zwei Enderman. Kill it before it lays eggs. Hilfe! Da, da kommt ein, da kommt ein Zombie auf nem Pferd, ein Skelett auf nem Pferd angeritten. Ist zur Hölle. Hilfe, ein Schleim! Ja, kill den Schleim! Ja, ja. Bin ja schon dabei. Aua! Aui! Nicht verrecken. Du konntest mir ganz gerne mal helfen. Ich wäre tatsächlich in der Tat... Aua! Nicht schlecht! Ja, ich komme. Halt durch. Nein! Nicht schlimm! Halt durch! Nein, der, der Typ hat die... Aua! Aua! Ich komme! Hau ab! Hau ab da! Erstmal das Skelett killen, wa? Da, der, da. Hat der nicht gedroppt? Sieht fast schon nach Hause an. Oh, ich muss was... Was phrasing, ey. Alter. Da drüben ist noch ein Enderman. Halt, der da verzeiht mit einem Boom! Ja, haben die öfters. Haben die droppen die kaum. Da sind noch ein paar Enderman. Da sind noch ein Enderman. Da sind sogar noch mehrere Enderman. Oh, Hilfe, Werwolf! Dann komme ich nicht zu nah. Wo ist denn? Ich halte mal das Skelett hier vom Hals. Mami! Au, aua. Alter, der hat mich gerade angeschossen, ohne mich anzuprobieren. Alter. Ah! Alter! Alter! Ich bin vergiftet! Skorpion! Von, von... Alter, Skorpion! Jetzt weißt du, wie es mir bei The Witcher gegangen ist, wenn sich auf einmal so ein Skorpion anspricht. Alter! Mami! Alter! Hat der Ketina oder sowas gedroppt? Alter, mein Schwert! Mein Schwert ist kaputt! Nein! Hier! Da! Lapislazuli ist was! Hinter dir! Wo ist es? Hab ich? Nein, nein. Wo ist es? Da! Aber der Enderman ist weg. Alter, da hinten ist ein Werwolf. Ja, und daneben ist es ein Enderman. Echt? Wollen wir uns den holen? Ja. Es ist ein Enderman. Ja, aber... Es reicht ja, wenn wir den Enderman anschauen, oder? Reicht ja, wenn wir den Enderman anschauen, oder? Mhm. Jetzt ist er weg. Wo ist der hin? Alter! 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 Alter, was ist denn los? Okay. Friere ist dann da. Da hinten ist noch ein Zeug. Guck mal, mit dem Leader kann man doch bestimmt auch was machen, oder? Ich hab Fell. Ja. Alter. Wo ist denn jetzt der Enderman hin? Ha! Ich hab den Werwolf gepullt! Den würde ich nicht angreifen. Ja, aber ich hab ihn gepullt! Guck mal, man macht dem nur einen Schaden, Junge. Aua! Ich glaub, dem macht man am meisten Schaden mit einem Eisenschwert, aber... Vielleicht mit einem Silberschwert. Das wär cool. Ja, Silber mein ich doch. Ich bin wie bei der Witcher. Alter! Okay, ich muss healen. Ich muss healen. Okay, die Hälfte haben wir schon. Aua, aua. Alter, der trifft jedes Mal! Alter, das Geheu... Ah! Ich bin gleich down! Alter, jetzt kommt der scheiß Zombie da aus. Alter! Aua! Wer hat auf mich schon... Was ist das Problem noch? Pass auf! Drei, zwei... Da ist er, da ist er down! Pass auf, Skelett! Der hat einen Goldapfel getroppt. Oh, leider kein OP-Apfel. Voll der Scheiß-Loot, ey. Ja, Mann. Wo ist denn jetzt der Kack-Enderman? Ich... Keine Ahnung. Da hinten ist wieder so ein Kackskorpion. Und ne Witsch. Ne Witsch, Bitsch. Ne Bitschige Witsch. Da stehen wieder zwei Pfeile über dir. Grill, Grill, Zirps, 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 Zirps. Natürlich scheiße, dass bei dem Skelett aussieht, wenn er einfach nur Schuhe anhat. Lass mal ein Stück da hochgehen, vielleicht sind da ja noch welche. Alter, wie viel das behauptet? Ne, das ist ja unfassbar. Alter, pass auf, hinter dir. Ja. Zwei Spinnchen-Sens. Oh, Critical Hit, ey. Wo sind denn Endermänner, ey? Das gibt's doch gar nicht. Oh, da ist Chunk-Fehler. Oh, da ist Öl. Äh, hinter dir, pass auf. Oder, jetzt wo. Wo ist denn hier bitte Öl? Ach, da. Pass auf. Pass auf, pass auf. Oh, Alter. Alter, hab ich dich getroffen? Ne, ich glaub nicht, aber. Boah. Ahaha, das hat dein Ding abgeschossen. Ahaha. Alter, was ist denn das da drüben? Ein Stein-Anus? So weit kann ich leider nicht schauen. Also, das Schwert hier ist auch bald kaputt. Das ist nicht gut. Ja, meins hält. Wann ist das? Ist da Loot drin? Da hinten ist ein Enderman. Zwei sogar, glaube ich. Wunderfroh. Auf dem Hügel. Tatsache. Nehmen wir erstmal einen. Wo ist er, wo ist er? Da. Da fehlt nicht mehr viel. Wo ist der hin? Da. Okay. Warte. Hab eine. Ja, wundervoll. Das reicht. Oder? Ähm, Hilfe. Hilf mir. Warum riefst du ihn denn auch noch an, ey? Ja, Vorrat. Schaden kannst du nie, wenn wir ihn sehen. Also, wenn gerade einer da ist, dann bin ich. Okay, sehr gut. Wundervoll. Auch gut, dass er das Tag hört. Ich glaube, da warten wir noch ein bisschen, dass dann die Monster verbrennen auf dem Weg. Sondern haben wir es nicht ganz so hart. Ja, außer die mit Helm, was? Die verbrennen. Vorsicht. Was mich interessieren würde, ist, ob man das nur mit dem Leder machen kann, was man von der Kuh bekommt. Loll, man kann ein Buch hier auch aus Papier machen. Ach, nee, man muss das ja jetzt mit Papier machen. Oh, man kann das aber auch mit zwei leeren Schablonen anstatt Leder machen. Nehmen wir mal ein paar Fäden noch mit. Ich habe zwei Besitz. Denn das brauchen wir auch noch für Bücher. Alter. War Absicht. Was hast du denn da in die Luft hier? Bei Creeper. Achso. Wir haben keinen einzigen Faden gedroppt, ey. Ich hoffe mal, dass das Öl ist. Das ist Öl, ja. Okay. Autsch. So, wir brauchen jedenfalls mindestens zwei Fäden. Ich habe zwei. Wundervoll, dann können wir jetzt gehen. Aber warte, sind die Topf vielleicht auch noch eine? Sechs Stück. Gut, drei Fäden. Vier. Was, was? Vier Fäden haben wir jetzt insgesamt. Hier, was fehlt dir? Vier Fäden haben wir jetzt insgesamt. Achso. Gut. Gut, dann lass uns zurückkehren. Hast du noch was zum, zum Futteren? Ein Brot, ja. Fuck. Hier. Ah, und drei Rotten Fläsch hätte ich noch. Ja, nein, die habe ich auch noch. Die kann ich hier. Also. Ha, voll gut. Ich habe auch vier Schleim. Das ist gut. Das heißt, ich könnte gleich ein paar Kühe in die Stadt holen. Ich habe meinen Wegpunkt gemacht. Alter, was ist das denn hier? Gibt es da was Cooles drin? Hoffentlich. Ach, lol. Das ist eine... Wie geil ist das denn? Das ist ein eingebodenter Ding, oder? Ja. Das sind zwei Creeper. Vorsicht, drei Creeper. Lass die explodieren. Okay. Hast du Fackeln? Drei habe ich, ja? Ja, setz die mal hier. Warte, ich mache kurz den Eingang hier zu. Oh, oh. Warte, gibt es hier noch einen Eingang? Ja, von oben. Egal. Hoffentlich ist da was Cooles drin. Was Cooles könnten wir echt gebrauchen. Auf was für einer Ding spielen wir eigentlich? Version? Oh, die ist schon ausgelöst worden. Boah, das waren bestimmte Mobs. Nicht die Version. Was? Die Schwierigkeit. Hä? Schwierigkeit? Ich denke mal drei. Okay. Also halt zwei. Also, wer... Okay, wir sollten nicht noch raus, deswegen sollten wir... Was war denn das? Doch, das war doch da. Na, über uns, oder? Oder da hinten? Da hinten. Ja, hier. Warte, ich habe Blöcke. Nein, das war falsch. Komm mal hier hoch. Komm mal hier hoch zu mir. Okay. Gut, halt nach Hause. Hat sich ja es nicht so gelohnt, war. Also, der, der, der Tempel da. Nein, nicht wirklich. Aber immerhin können wir es besser in Schandtelbe machen. Hm? Wir haben sogar ein Ziel gehabt in dieser Folge und wir haben es erreicht. Geil. Ja, das ist echt ein Wunder, wa? Hm. Eigentlich hattest du aber ein anderes Ziel genannt am Anfang. Ja, ja, immer lügt er. Nein, ich habe gesagt, Haus, hier, Ding fertig bauen und ein Schandtelbe. Ach so. Ich hatte in Erinnerung, dass du einfach nur gesagt hast, wir wollen in dieser Folge den Balkon fertig machen. Das und danach haben... Aber ist ja auch Wurriss. ...hinzugefügt. Äh. Und den Entschamten tippen. Ja, ja, ist ja egal. So, wieder was kaputt, wa? So, dann mache ich jetzt mal, ähm... Ach nein, jetzt hätte ich fast mit dem Zuckerrohr Zucker gemacht. So, gib mir mal die Fäden, bitte. Ah, ist sie eh drin. Und dann... Ach, wir hatten noch viel. Dann haben wir kein Holz. Ja, zwei Stück. Äh, ich nehme mir mal hier so ein halbes Steck Karotten, ne? Ja, ja. Ja, ja. Was brauchen wir denn noch? Ach, leih, wir bauen noch eine Feder. Die habe ich ganz vergessen. Und ein Inkjack. Ja, ich habe eben ein Hühnchen gesehen. Warum habe ich das nicht mitgenommen, ey? Trägt mich jetzt ein bisschen auf. Ja, du wolltest hier um die... Um die Hühner... Äh, äh, äh. Um die... Kühe kümmern. Das war's. Aber aus Kühen bekommt man keine Federn raus, leider. Ja, aber du wolltest Leder. Darum hast du überhaupt das... Das Leash. Also die Leine wolltest du ja machen. Ja, ja. Aber die Leinen sind ja jetzt egal. Wir brauchen ja gar nicht unbedingt Leder für Bücher. Achso. Das habe ich ja gesehen. Aber ich brauche noch einen Inkjack und eine Feder. Vielleicht läuft hier irgendwo ein Hühnchen rum. Das wäre natürlich wundervoll. Dann gehe ich mal kurz gucken, ob hier... Äh... Links sind. Irgendwie nicht. Warum... Warum spawnen denn hier keine... Äh... Äh... Tintenfische. Ach, das bist du. Ich wollte gerade sagen, Hä, da ist doch einer. Loll, ich hatte noch welche. Aber ich bin... Was hast du noch gehabt? Ich hatte noch... Äh... Stone Slabs. Na, so rum. Warum spawnen hier keine... Äh... Äh... Alter! Natürlich hast du... Ich bin jetzt schon mittlerweile zum dritten Mal... Runtergefallen vom Balkon. Nachdem ich gerade hochgelaufen bin. So, jetzt aber. Danke. Nein! Doch. Und wie? So, so, so. Gut. Alter, ich glaube, das war ein Fehler. Auftauchen! Wer, du verrückst du jetzt? Oh, eine Blase noch. Hoch! Das ist doch so weit, aber... Ich geh doch hoch. Hoch! Oh! Boah! Ich hatte so geschafft. Weißt du, in so einem Tümpel da? Wo soll ich wissen, dass der so tief ist? Ja, das habe ich. So, mal zusammenfassen. Ich habe Gold. Ende Augen. Gold. Ja. Diamanten. Holz wollte ich auch noch holen, stimmt ja. Dann hole ich nochmal Holz. Dann tut es. Weil ich verstehe nicht, dass hier keine Tintenfächer sind. Die sind doch sonst so nervig und überall. Hm, eigentlich schon. Oh, jetzt habe ich mich wieder vergessen. Ähm. Ähm. Stein. Da. Hufen. Da. Mache ich noch genug Kohle? Äh, 23 Stück. Also. Ja, nicht mehr so viel. Nein. Ähm, ich würde sagen, aber... Ich glaube, dann müssen wir bei... Ja? Hä? Sagen wir fertig. Ja, ich glaube, dann müssen wir bald nur wieder auf eine Höhlentour gehen, ne? Äh, ich nehme hier jetzt noch das... Ach, das kann ich gar nicht. Was wolltest du denn du noch sagen? Ich wollte sagen, dass wir an dieser Stelle hier die Folge beenden. Ah. Ja, ja, weil wir sind schon bei 18 Minuten, fast 19 und... Bevor ich es wieder vergesse, sage ich... Ja. Dann würde ich sagen, danke für Suchan. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann einen Daumen runter. Oder mal umgekehrt. Ja. Ist mir eigentlich... Ja, überrascht es... Nee, das wäre gar nicht mal so gut. Überrascht es uns einfach mal, ja. Wenn es euch in den Fingern juckt, dann einfach einen Kommentar da lassen. Wir sagen danke fürs Zuschauen und sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.